und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde let's play to rock 2 seats of evil die remastered edition ja hier sind ein paar ausrufezeichen wir müssen doch aber wie kommen wir doch da kann man bestimmt irgendwann ausfahren oder so da müssen wir mal gucken wie man da hinkommen war so weiter jetzt das ist ein kran je muni okay okay bleibt hängen sie nikolaus sieht das nicht oder so okay wenn ich das runde lassen mit absicht so gemacht bestimmt und da muss ich dann rüber hier sind schiffs schwer höh ist hier ja heimawäsch oder was ich war das höher in die schiffe reingucken Energiezele brauche ich Ah, da ist ein Leuchtturm Ja, dann gehen wir mal hier gucken Okay Ja, ja, nöss Ja, vám a Ne Yeah, nössz, nössz, nössz Ne, völlig, das passt auch die die doch heute das soundbar das spiel ein bisschen probleme mit dem sound am anfang stimmen sind dann meistens leise komischerweise gewehr hallo ich Oh ja, das knallt richtig gut rein. Ich weiß, ob ich das immer versteckt bin. Oh ja. Arsch. D-d-d-d. Hoah. Schön, was Feines, so eine schöne Runde, Turok, am Abend. Ah, okay. Nervig dir. Äh. So, dann gucken wir mal, was hier ist. Energie, 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 zwei Gesundheit, super. Da haben wir doch eigentlich fast alles gehört, oder? Okay, das müssen wir noch, aber da müssen wir bestimmt hier irgendwas machen. Hm. Hm. Ein Tor öffnen. Au. Mann, der will aber nicht. Oh. 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 Ja. Gut. Den hab ich erwischt. Ah, hier ist eine GZ. Superb. Warnleuchtturm aktiviert. Super. Danke dir. Super. Danke dir. Ran. Ran an den Speck. Ran an den Speck. So, weg. So, weg. Sack, Dreck, äh, Dreck, Sack. Was haben die jetzt? Zwei Bewaffnungen? Das ist wieder nicht. So, wo müssen wir denn hin, wo müssen wir hin, wo müssen wir hin? Tja, und die davon hätte ich nicht vergessen. Sind schon über 90. Mann, sind wir gut. So, was haben wir jetzt aufgemacht? Da kommt was. Ganz easy. Peasy. Gut. Okay, da haben wir was aufgemacht. Hä? Hä? Denkst du kannst mich erschrecken, oder was? Da schieß ich dir die Kabel ab, du. Die Kabel ab. Die Kabel ab. Wenn du holst, die Kabel ab. Hä? Na, wir sind hier. Ja, Mann, ich muss halt mal treffen hier. So, und jetzt können wir bestimmt hier. Ich bin Zurock. Sag ich doch. er kann sich festhalten sehr gut sehr gut das wäre zu einfach gewesen ich komme schon war portal sehr gut sich der lang ich bin ja ich habe sich mal gucken wo es in der bohrprotein ist mich neugierig vielleicht kann ich ihn wieder zurück Schwierig, ne? Äh, wir safen dann auch vorher ab, würde ich sagen, ne? Ja, komm ja schon, komm ja schon. Ach ne, wo muss ich denn jetzt achten? Na, falsche Eingang! So, ich speichere mal kurz ab. Sicher, sicher, ne? Spiel speichern. Ah, danke. Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? Ah, okay, okay, okay. Okay. Ah, okay, da kann ich mit der Quatsch... Ah, guck mal, da brauche ich ihn nicht mehr. Gesundheit habe ich. Schnellwarp, ach, zurück, komm. Super, okay, da weiß ich, was die Dinger da sind. Sehr gut. Oh. Kitty. Okay. Okay. Da wird dieses Arschloch hier gespongen. So, super. Aiden, dann hier, so. Okay. Okay. Ja, ich wollte schon weg... Okay, ist ein Teleponton... Ah, cool. Jürgenwie kann ich die Falle an. Jürgenwie kann ich die Fallen. Götchen. kein ding super so und jetzt hier weiter denke ich ja versteckt ist nicht ich habe ein schlüssel wenn es nichts so müsste jetzt in der tür offen sein oder was moni holen D.V.A. von der Zuhre. so ja wo komme ich jetzt die strahl ist erledigt hier waren wir schon ach nee siehst du wollen wir noch nicht okay okay also gleich auszureden wurden sie beim lesen gestürzt hier hier muss ich auch machen noch was hier komme ich nicht hoch dann gut ja mal da muss ich doch nicht lang so die tat nicht level 3 cool den dünn 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 aber Okay, hier ist so ein Warp-Portal. Du musst bestimmt aktivieren. Warp-Portal aktiviert. Sehr gut. Weg! Mit den Armen. Ach, haben wir hier oben geworfen, ne? Oh, okay. Oh, wir haben die Gesichter geschaffen. Wo ist denn das? Tech-Bogen. Sniper-Modus eingeschaltet. Tech-Bogen. Sniper-Modus. Könnte ich da ein bisschen nachgucken? Oh. Au. Au. Cool, die Wärme stecken. Geil, Lumos. Ja. Geht es jetzt hier weit, oder muss ich erstmal gucken, wo das andere ist? Hm. Tinken ist ja auf jeden Fall noch diese Lebensdinger. Okay, dann muss ich mal hier lang. Mal gucken, was hier ist. Geht auch. Ne? Da, woanders oben. Geht auch. Was war denn das? Boom. Da muss ich hin, aber wie? Ist ein Jumper, oder wat? Hm. Ich geh jetzt nur mit angezogener Waffe, wa? Okay. Ich muss nicht, das müssen es alles. Ah. Hä? Sollen es gehen? Ich mach's in Haini. Okay. 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 Noch so ein Typ, ey. Ich sag der. So, na, wie funktioniert das Teil jetzt hier? Kann mir das dann erklären? Wo mich hier. Okay. Keine Ahnung. Brauche ich dir irgendwas dazu? Hm. Hä? Komisch. Das ist ja kacke. Das muss ich dann wiederholen. Muss ich dann wieder zurück. Äh. Verstehe ich nicht. Naja. Gehen wir weiter. Müssen wir dann bestimmt nochmal zurück. So, dann gucken wir erstmal weiter, wie es hier aussieht. Hier geht's mal. Ja, genau. Juuu. Mensch, die fetten Dinger. Kontrollpunkt. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, da muss ich dann nochmal zurück. Hm. Weil, ja. Naja. Das werden wir ja sehen. Da werde ich mir nochmal gucken, wie ich das Ding holen kann. Ja. Weil ich glaube, wenn das hier Kontrollpunkt ist, da ist ja dann wieder in den nächsten Level. nächste Map. Naja, wir sind jetzt schon bei 22 Minuten. Da würde ich sagen, das sehen wir dann als nächstes, wie es in dem weiteren da, äh, aussieht. Nach dem Kontrollpunkt. In der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play to Rock 2. Seeds of Evil. Ja, und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und wenn nicht, cut it out. Das ist ja das. Vielen Dank.